Ich muss Fäscher beten. Was? Schon 15 Uhr? Und Dora hab ich auch noch verpasst. Kein Wunder, wenn wir so spät schlafen gehen. Hm, das schaff ich locker. Heute, 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 hier. Auf geht's zum Gebet. Komm schon, ich schaff das. Ich schaff das. Ach, kein Wunder, denn wahre Stärke kommt vom Herzen. Bismillahirrahmanirrahim. Warum schaffe ich es, auf Facebook und WhatsApp alle Nachrichten durchzulesen und ein ganz normales Buch aus der Bücherei durchzulesen, aber nicht einmal eine Seite des edlen Korans? Kein Wunder, wenn unsere Herzen so krank sind. Du kennst das ganze Album auswendig? Wie bitte? Nochmal. Kannst du ein Ferti haben? Nein, kann ich leider nicht. Nein. Kein Wunder, wenn wir den Haram vor dem Guten und Erlaubten bevorzugen. Die Sahaba, die nach dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam die Besten waren, selbst die, die mit den besten Taten kamen, hatten Angst, dass sie Heuchler waren. Und warum sollten wir nicht diese Angst haben? Ich für mich befürchte, dass ich ein Heuchler bin und du solltest dich davor auch fürchten. So, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Heuchelai bewahren. Unterstützt uns, indem ihr das Video liked und das Video teilt. Und vor allem, indem ihr unseren Kanal abonniert. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.